da sind wir wieder mit der fackel in der hand geht es weiter ich bin der matze wir spielen minecraft mit mods und unser hof wird immer größer und größer das finden wir gut da habe ich jetzt noch so eine steinschicht geirrt stein ist es gar nicht das möchten wir nicht haben nicht stein möchte auch nicht bruchstein möchten wir haben haben wir den shit auch weg hier füllen wir mit erde auf dass wir langsam mal unseren bunker da mal so ein bisschen versteckt kriegen kann ruhig so eine natürliche kann zu sein wir mögen natürlichkeit das war es erstmal wieder mit erde oh das wächst ja wie schwein hier ja eigentlich noch so ein zaun umzuhm wie sieht es hier aus da ist eigentlich schon recht gut denke ich kies 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 bruchstein ich suchte ja immer ich suche mir einen wolf krass ok kies ist k k haben mit diesem was da rausfällt hier Feuerstein oder so, da kann man mit diesem ganzen Tinkersgedöns wahrscheinlich wieder sauviel machen wenn man es kann wir werden es diesmal mal versuchen dass ich mich da so ein bisschen reinfuchsen kann andere kriegen es auch hin, dann kriegen wir es auch hin also ich irgendwie den Stein das macht aber nix komm, machen wir diesen Flotz auch noch weg hier weg, weg, weg ich kriege langsam Hunger, wächst hier mal was eher nicht zwei davon haben wir noch kommen wir auch gleich mit weg haben wir hier aber Platz auf dem Hof was machen wir denn da? Fußballspielen? ich mag keinen Fußball ich sag das jetzt einfach mal so viele Leute mögen Fußball, ich mag keinen Fußball frag mich nicht warum das ist bestimmt ein toller Sport für die Leute die es mögen ich mag es nicht ist mir weiß ich nicht geht mir komplett da vorbei wo die Sonne nicht hinscheint selten es gibt da andere Sportarten die ich weitaus interessanter finde Pokern zum Beispiel gucke ich mal ganz gerne oder Darts wenn ich einschlafen will gibt es nichts besseres als Dart gucken finde ich ansonsten Sport weiß ich nicht ich glaube da bin ich lieber der Nerd gucke mir ab und zu dann Sport an aber selber betreiben ich arbeite auf dem Bau ich habe da eigentlich Sport genug finde ich wenn manche dann auch hier in eine Muckibude gehen wollen und so können sie gerne machen dann gucke ich jetzt als nix ich weiß auch gar nicht wo die Leute die Energie immer hernehmen dafür also wenn ich abends nach Hause komme dann bin ich meistens doch schon sehr erschlagen und wenn ich mir dann vorstelle dass ich dann noch freiwillig irgendwelche schweren Sachen durch die Gegend tragen muss und immer wieder hoch und runter hoch und runter da wird mir zum bischen die Motivation zu fehlen und die Power ich höre irgendwo einen Slime kommt der uns gleich entgegen was ist jetzt? Spitzhacke haben doch noch ach so ja Inventory Tweaks funktioniert teilweise mit diesem Auto Ausrüstung Ropeds nicht so wirklich so haben wir das langsam kriegen wir Dreh rein und langsam haben wir dann auch Steine dass wir mal mit dem Fußboden anfangen können in unserer Halle ich nenne es jetzt einfach mal Halle weil Höhle das ist irgendwie so abwertend brauchen wir halt nur noch einen Arsch voll Spitzhacken da gehen wir mal hoch und gucken mal wie wir das hier so retten können das muss weg genau wer weg hier da vorne der Shit das machen wir weg das machen wir weg ach siehste da ist ja schon unser Schlafzimmer ja das kriegen wir gleich auch anders zu glaube ich oder? im Schlafzimmer Erde an der Decke Tatsache ach Gott wie hausen wir denn? komm dann mach ich an die Ecke machen wir dann hier ich brauche auch nicht mehr so viel von das hässliche Holz will ich nicht nehmen äh so haben wir das schon mal als Markierung jedenfalls und hier und hier da können wir eigentlich ein schickes Fenster einziehen oder? das kann auf alle Fälle weg hier schickes Fenster why not Sand haben wir Ofen haben wir den Plan steht nichts im Wege kommt da auch mal ein bisschen mehr Licht hier in den ich mag Fenster ach komm dann kommt hier auch so ein Bodentiefes rein oder? das ist dann zwar das weg das weg Jo why not machen wir den Kram die auch noch weg alter Gott was bewegt sich denn da oben da ist das der Baum wenn ich hier vorne so ja ich langsam schon Paras hier holen wir uns noch ein bisschen Holz dafür wird auch schon wieder dunkel da war so ein kleiner ruckler ich bin da jetzt immer ganz scheiß ruckler muss echt so ein bisschen auf die aufnahmezeit achten das war letzte folge die ist viel zu lang geworden ist teilweise auch schwer wenn man sich dann hier festquatscht dann wird langsam ganz schöner wald hier erde weg na willst nicht du kommst mit diese haben wir auch gleich zack wunderbar und da ist es wieder hell keine viecher hunger haben wir das letzte steak was macht denn unser garten der ist auch sehr gemächlich der garten das machen wir auch weg und setzen hier auch holz hin das war noch ein tiefer ja müssen wir da noch nicht gemacht müssen wir da aber na würdest du mal bauen und da auch noch ein hin und da machen wir das so jetzt sagt nicht da fehlt uns ein stamm das spiel ist manchmal ganz schön ungerecht hätte ich aber auch selber schon mal hätte ich sehen müssen habe ich aber nicht meine schuld tut mir unglaublich leid irgendwie muss ich hier die sendezeit auch rumkriegen hätte ich fast gesagt nein so ist es nicht so perfekt doch und hier das ist schön dann können wir hier so tun da muss auch noch so einer und dann kommt hier ein fenster rein die decke müssen wir dann auch noch schön machen dafür müsste auch eigentlich hier das assi holz reichen oder ja komm ist ein schlafzimmer da sieht man die decke auch nicht so dafür reicht es ist ja eigentlich auch nur das provisorische schlafzimmer da soll dann ja auch mal was besseres kommen denke ich das ist ja unsere quasi unsere erste höhle gewesen hier eigentlich eigentlich passt das da mit dem holz jetzt auch nicht wirklich dann müssen da nehme ich dann auch steine hin ja ich glaube so passt das besser wir legen schon mal wieder steine nach ach ah da ist uns die kohle schon wieder ausgegangen ähm bruchstein hier rein und komm 20 soll der geiz wo haben wir denn noch was hier haben wir eisen eisen ist gut wir hatten sonst noch irgendwo steine drin war das da ja da haben wir auch noch einen arsch voll und da haben wir auch noch bruchstein und ja wir müssen dann unbedingt mal wieder kohle finden die kohle die hier jetzt übrig bleibt die investieren wir dann mal in fackeln würde ich sagen äh genau wir haben hier steine und noch mehr steine und noch mehr steine und noch mehr steine das ist bruchstein mal aufräumen drücken ach jetzt hat sie da wieder raus gezogen na ist egal ähm kies 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 bruchstein stein richtig richtig zack oh da haben wir schon mal ein bisschen ich denke mal das wird nicht ganz reichen für unseren fußboden aber es ist ein anfang eisen haben wir hier ja auch noch stimmt das haben wir draußen gefunden genau 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 da oben wir haben hier noch bruchstein da bauen wir irgendwas mit bruchstein erstmal oben ruf ruf ja was ach da ist ein dicke slime der kommt da nicht hoch jod machen wir das so da haben wir hier unsere unsere schöne dings äh balustrade unsere deko ecke keine ahnung so wenn wir ja eigentlich wieviel stufen haben wir noch drei stück reicht das ich halte mich jetzt auch schon wieder an diesen kleinigkeiten auf oder aber diesmal ist gemerkt folge jetzt um ich hoffe es hat euch gefallen schreibt bitte weiter fleißig kommentare da das war falsch nicht runterfallen die fällt runter und ich auch äh da ist dunkel ich glaube das wird nix mehr wir wissen ja aber wo wir aufgehört haben da oben bei diesem ähm ding ich hoffe es hat euch gefallen wie gesagt kommentare schreiben fände ich jetzt sehr geil ansonsten daumen hoch guckt euch auf meinem kanal um ich habe auf meiner startseite zwei drei andere kanäle noch verlinkt wo ihr ruhig mal im blick riskieren könnt super leute super kanäle ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme zeit bis zum nächsten video wo wir uns dann hoffentlich sehen werden euer matze tschüss